Guten Morgen Deutschland! Gestern hatte ich ein Video gebracht über die Aussagen von Herrn Lauterbach in Magdeburg, wo er sagte zu den Demonstranten, die neben den Verdi-Demonstranten stand, dass sie ja keinen Beitrag geleistet hätten in der Pandemie. Und natürlich, selbstverständlich, logischerweise, waren unter diesen Demonstranten natürlich auch viele Pflegekräfte und medizinisches Personal, die selbstverständlich nicht geimpft sind und die Corona-Maßnahmenkritiker sind. Mit anderen Worten, diese Menschen haben keinen Beitrag geleistet. Sie haben lediglich in den letzten zweieinhalb Jahren genauso wie ihre geimpften Kollegen die Patienten von morgens bis abends und nachts versorgt und springen selbstverständlich auch vor ihre kranken Kollegen, die ja geimpft sind und trotzdem krank werden, immer wieder ein. Muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, was Herr Lauterbach sich da geleistet hat? Kann man auch mal drüber nachdenken, muss man aber nicht, weil wir laufen ja sehenden Auges unserer eigenen Insolvenz entgegen. Es ist ein Träumchen heute Morgen, wenn man aufwacht und mal ein bisschen rekapituliert, liebe Leute. Also, ich fasse mal oder versuche mal zusammenzufassen, was Herr Habeck da gestern gesagt hat. Also, wir werden möglicherweise eine Krise bekommen und deswegen hat man die nächste Stufe, die Alarmstufe, gezündet. Es könnte nämlich im Winter kalt werden. Schlotter, Schlotter, liebe Leute. Das ist was mit Ansage, liebe Leute. Es ist alles mit Ansage, liebe Bundesbürger. Er hat es gestern selber gesagt, er hat in seiner Pressekonferenz gestern selbst gesagt, dass das voraussehbar war und dass sie schon ihre Sanktionen geplant hatten. Wiederholt hat er es gesagt. Seit Dezember, beziehungsweise Olaf Scholz sprach ja schon von vielen Monaten vorher. Das heißt, diese ganze Zuspitzung hier in Deutschland, was die Krise in der Energiesicherheit angeht, diese ganze Zuspitzung, auch was die Inflation angeht, das wussten die schon alles vorher, liebe Bundesbürger. Ihr lauft gerade alle sehenden Auges einer Insolvenz entgegen. Die Inflation eines, ja, wie soll ich es sagen, dieses Land geht gerade sehenden Auges vor eine Wand. Sie sagen, die Inflation ist die Schuld des bösen Mannes hinterm Ural. Das ist gelogen, liebe Leute. Denn die Inflation, die wir jetzt haben, kommt durch die immense Geldmenge auf den Markt. Und das hat die EZB über die letzten Jahre möglich gemacht. Das ist der Grund für die Inflation. Und diese sogenannte Gaskrise, ja, warum haben wir die denn? Weil sie es schon längst geplant hatten, wie es Herr Habeck auch schon 2016 angekündigt hatte, mal in einem Wahlkampfinterview auf seiner eigenen Veranstaltung bei den Grünen, wie er es auch in den letzten Monaten immer wieder gesagt hat, Nord Stream 2 geht gar nicht. Und was hat man natürlich gemacht, zwei Tage, bevor die ganze Party da unten losging? Genau, man hat Nord Stream 2 torpediert und man hat es letztlich stillgelegt. Das heißt, die Möglichkeit, über günstiges Gas versorgt zu werden, natürlich von diesem bösen, bösen, bösen Mann hinterm Ural, hat man erst mal pauschal gekappt. Und dann ist man hergegangen und hat ein Sanktionspaket gegen das größte Land der Welt geschürt, was seinesgleichen sucht. Alles mit der Begründung dieses Konfliktes, unabhängig davon, dass die USA seit Jahrzehnten Konflikte vom Zaun brechen, aber niemals solche Sanktionen abbekommen haben. Das heißt, diese ganze Sanktionspolitik, dass man Russland vom SWIFT-Zahlungsverkehr ausgeschlossen hat, dass man die Banken aus Russland abgekoppelt hat, dass man die Einfuhr von Waren aus Russland gekappt hat. Düngemittel, Weizenprodukte etc. pp. Alles aus dem größten Land der Welt wurde im Grunde genommen gekappt. Und jetzt geht man her und schiebt das alles dem bösen Mann hinterm Ural in die Schuhe. Was man selber auf den Weg gebracht hat, liebe Bundesbürger. Das sind die blanken, nackten Fakten. Und euch verkauft man das so, als wenn das ja sein muss. Und deswegen werden wir hier irgendwann, möglicherweise im Winter, ein dickes Problem kriegen. Weil das ja sein muss. Und weil sie es auch schon vorher geplant hatten, bevor die ganze Party überhaupt losging. Aber da macht sich kein Mensch in Deutschland Gedanken drum. Nein, das ist alles richtig. Sie verkaufen euch diese Nummer so dermaßen gut, dass Deutschland sehenden Auges in die Insolvenz rast. Es ist ein Träumchen. Es ist dasselbe Spiel wie bei der Elektromobilität. Die deutschen Firmen werden die Verbrennermotoren im Ausland produzieren, weil das Ausland in Asien etc. pp. die ganze Show der Elektromobilität nämlich gar nicht mitmacht. Aber hey, die 10% in Europa, der Markt, die 10% des weltweiten Marktes, das ist natürlich wichtig. Und ihr, liebe Leute, werdet eine Einschränkung der Mobilität erleben. Was hier gerade stattfindet, ist eine gewollte Transformation. Das ist dieses Wort, was auch Olaf Scholz letzte Woche erstmals benutzt hat. Und alles auf Kosten der Bürger. Und der Schuldige, der ist hinterm Moral für euch. Und die breite Masse dieses Landes glaubt es tatsächlich. Und es ist absolut irre. Und ich liebe diese Show, liebe Leute. In diesem Sinne, in der besten Show aller Zeiten, aus dem besten Deutschland aller Zeiten, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns heute Abend im Live um 21 Uhr.